Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachlinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Ja, Nick 0-0 gegen Regensburg gestern. Der erste Punktgewinn 2019, dazu noch zu 0. Ja, so richtig Freude kommt aber nicht auf. Nee, vor allem nah am Spiel gestern hat vor allem die Enttäuschung überwogen. Weil wir, denke ich, in der ersten Halbzeit zwei, drei hundertprozentige haben, wo wir das Tor machen können. Aber momentan zieht es irgendwie so durch die Rückserie, durch den Januar, durch den Februar, dass es uns irgendwie nicht gelingt, das Tor zu machen. Ja, und dementsprechend kann man sagen, dass es auf der einen Seite gut ist, dass wir jetzt den ersten Punkt geholt haben, dass wir auch zu 0 gespielt haben. Aber auf der anderen Seite war es gestern leider zu wenig. Ja, es sind so gemischte Gefühle. Natürlich ist es auf der einen Seite gut, dass wir jetzt den Negativ-Trend gestoppt haben. Auf der anderen Seite wären, glaube ich, auch drei Punkte drin gewesen. Wir hatten die Chancen. Ja, aber aktuell reicht es leider nicht für drei Punkte. Es sind jetzt sieben Halbzeiten ohne eigenen Treffer. Woran liegt das, dass man die Chancen, vor allem gerade gestern im Spiel in der ersten Halbzeit, die Riesenchancen nicht macht? Ich glaube, erst mal positiv. Wenn man das Positive herausheben will, ist, dass wir uns die Chancen immer wieder erarbeiten, dass wir uns in aussichtsreiche Positionen bringen und dass wir immer an uns glauben und auch die Chancen deshalb auch kreieren. Ja, das ist natürlich aktuell unser Manko. Das ist klar, wenn du so lange kein Tor geschossen hast. Aber da steht die ganze Mannschaft in der Pflicht. Wir haben alle unsere Chancen. Und da müssen wir jetzt ganz intensiv daran arbeiten, damit wir schleunigst wieder Tore erzielen. Das ist manchmal im Fußball so, da hat man Chance über Chance versucht, alles Mögliche, aber irgendwie will der Ball nicht reingehen. Da scheint das Tor vernagelt zu sein. Aber ja, hoffentlich hatten wir das jetzt die letzten sieben Halbzeiten. Und damit ist es vorbei. Jetzt kommt hoffentlich auch mal ein Spiel, dass wir dann gewinnen, wo wir ein, zwei Chancen haben, aber die eisgeil nutzen. Und da gilt es jetzt hart darauf hinzuarbeiten und das Glück zu erzwingen. In der zweiten Halbzeit ging eigentlich fast gar nichts. Das Spiel war sehr zerfahren auf beiden Seiten. Hast du das genauso gesehen? Ja, ich glaube schon, dass es in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten nicht mehr so viel ging. Ich glaube, ich kann mich nur an eine Chance von Regensburg noch erinnern. Wir hatten, glaube ich, am Ende meine Kopfballchance noch und so noch ein, zwei. Ja, es ist natürlich schwer, wenn du in der ersten Halbzeit auch so viele Chancen hast, auch in der Situation, in der wir gerade sind. Strotzen wir natürlich nicht von Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass wir trotzdem an uns glauben, dass wir versuchen, alles reinzuhauen. Und am Ende steht da jetzt ein Punkt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer damit getan, das Gegenpressing von Regensburg zu überspielen. Wir wussten aus den Videoanalysen, dass sie da extrem gut sind, dass sie nach Eigenballverlust enorm gut ins Gegenpressing kommen und sich dort die gefährlichsten Chancen kreieren. Wir haben es nicht geschafft, die entscheidende Ebene zu überspielen, um nach vorne zu kommen, dass wir in der ersten Halbzeit noch gut gemacht haben und dadurch zu den Chancen gekommen sind. Und dadurch sind wir dann meistens selber wieder in die Bedrohle bekommen, beziehungsweise wir haben dann ein gutes Gegenpressing gespielt und damit hat sich so ein bisschen im Mittelfeld das Spiel verlagert und es kam auf beiden Seiten jetzt nicht zu den großen Chancen wie in der ersten Halbzeit. Danke dir. Danke dir.